Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, ihr hört sicher schon an meiner Stimme gerade, dass das keine geplante Aufnahme war. Und zwar habe ich eigentlich gerade versucht, jemanden anzusprechen, aber da hat sich Dagobert dazwischen geschoben. Und das wollte ich jetzt aber wenigstens mal kurz aufnehmen, damit das jetzt nicht so untergeht. Deswegen verzeiht mir gerade meinen nasalen Ton, aber ich werde es trotzdem mal eben vorlesen. Ich habe mit einigen anderen Dorfbewohnern gesprochen und wir haben beschlossen, dass es höchste Zeit ist, das Dreamlight Parkfest wieder ins Leben zu rufen. Diese Geräusche ergaben keinen Sinn. Erzähl mir mehr. Vor dem Vergessen war das Dreamlight Parkfest ein jährliches Fest hier im Tal. Ein paar Wochen lang wird der ganze Ort zu einem riesigen Vergnügungspark. Es gibt besondere Leckereien zum Backen und Teilen, einmal mit Popcorn zu sammeln, Festdekorationen zum Aufstellen und jede Menge Preise. Wie kann ich teilnehmen? Ich habe das Gefühl, dass das Dreamlight Parkfest zu dir kommen wird. Die Dorfbewohner sind ganz wild darauf, es zurückzubringen. Sprich einfach mit denen, die du siehst, wenn sie ein Funkeln in den Augen haben. Welch ein Glück! Das erste Dreamlight Parkfest seit Ewigkeiten. Es wird ein Riesenerfolg oder ich heiße nicht Dagobert Duck. Was kriege ich denn hier alles? Was kriege ich denn hier alles? Also, wir haben irgendwie scheinbar jetzt einiges freigeschaltet. Komischerweise nichts, was in der Liste drin steht. Also, Dagobert hat jetzt auf jeden Fall schon mal etwas, eine neue Quest. Hier, Mike ist klar. Dem bin ich eigentlich gerade am Leveln gewesen. Ich bin jetzt nur ein bisschen irritiert. Ich habe nämlich auf T gedrückt, wegen der Aufgabe mit Miki. Aber das steht hier gar nicht drin und ich habe es auch nicht reingebracht bekommen. Es ist ein wenig verwirrend. Ja, des Weiteren haben wir jetzt ein paar Bücher bekommen. Rezept für Stitch Cupcakes. Okay. Rezept für Spaceship Earth Cupcakes. Rezept für Prinzessin Aurora Himbeer Cupcakes. Rezept für Mini Cupcakes. Rezept für Meerjungfrauen Cupcakes. Hier ist nichts faul. Äh, ja. Okay. Von mir aus. Äh, und dann habe ich noch zwei Sachen vorhin rausgefunden. Und zwar habe ich eine rote Anstecknadel am schillernden Strand gefunden. Da werde ich jetzt mal kurz ein Bild zu einblenden. Das scheint auch mit diesen Fests in Verbindung zu stehen. Da dort steht eine leuchtend rote Anstecknadel vom Dreamlight Parks Fest. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe da jetzt nichts drüber gelesen beim letzten Update. Aber ich habe es auch nur mal kurz überflogen, ob die Bugs, beziehungsweise der Bug endlich von Eve rausgepatcht worden ist. Nein, wie zu erwarten, ist er nach über zwei Monaten immer noch nicht rausgepatcht worden. Also zwei Monate, in denen ich jetzt schon an dieser Quest hänge. Und deswegen halt die ganzen Quests vom DLC nicht machen kann. Weil die das so sauklever gemacht haben. In Klemmern nicht, dass das die Voraussetzung ist für die neue Quest. Ich bin immer noch sehr sauer, ehrlich gesagt. Aber, ja. Ne? Wusa. Und ich habe vorhin auf der Wiese, war es glaube ich, da habe ich auch noch mal ein Bild zu, was ich euch gleich nach dem Satz zeigen werde, eine Blumenanstecknadel gefunden. Da steht was drin, eine Blume als Anstecknadel vom Parkpalooza Festival. Das ist anscheinend, ja, nicht das gleiche, kam aber gleichzeitig neu rein. Ich habe keine Ahnung. Da zeige ich euch jetzt noch mal eben das Bild, wo ich die gefunden habe. Ja, dann werde ich mal schauen. Also wie gesagt, das ist jetzt keine geplante Aufnahme gewesen. Aber wenn ich jetzt unterwegs noch mal ein bisschen was finde, dann werde ich davon auf jeden Fall Screenshots machen. Beziehungsweise, wenn ich jemanden ansprechen muss. Oder, was heißt muss? Wenn sich wieder jemand dazwischen schiebt, während ich jemand anderen ansprechen möchte. Da, Gobert, das war nicht ganz so in Ordnung von dir. Dann werde ich auf jeden Fall noch mal schnell eine Aufnahme reinhauen. Ansonsten werde ich das Ganze chronologisch erstmal machen, nachdem ich die Maiki-Quest gemacht habe. Also wundert euch nicht, weil diese Aufnahmen werdet ihr wahrscheinlich erst sehen, nachdem wir mit den Quests... Warum sage ich eigentlich mal Maiki statt Maiki? Ich weiß es nicht. Wenn wir mit den Quests von Maik fertig sind. Wir schauen uns aber noch mal kurz an die Rezepte. Ich weiß nicht, da sieht man... Ah doch, hier. Das sind die Cupcakes. Das sind die Mayung-Frauen-Cupcakes. Das war ja vorher schon Mini-Cupcakes. So sehen die von Aurora aus. Okay, die werde ich mir jetzt einfach mal alle anschauen, beziehungsweise lernen. Das braucht ihr ja nicht zu sehen. Ihr habt sie ja gerade schon gesehen. Und ja. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, und da bin ich wieder. Und ich habe gerade gesehen, dass wir eine Nachricht erhalten haben. Leider keine gute, habe ich gerade schon mal so überflogen. Achtung, Cupcake-Gefrierwarnung. Es kann vorkommen, dass beim Kochen im Freien in ihren Teil der Spiel auf einem schwarzen Bildschirm hängen bleibt. Die Cupcakes des Dreamlight Park Festivals haben sich als etwas zu magisch für einige Geräte erwiesen. Folgende Cupcakes sind betroffen. Mayung-Frau-Cupcake, Mini-Cupcake, Himbeer-Prinzessin-Aurora-Cupcake, Spaceship-Earth-Cupcake und Stitch-Cupcake. Also quasi alle, so wie ich das mitbekommen habe. Wir empfehlen Ihnen, nur innerhalb von Häusern oder Reichen zu kochen, während wir in einer dauerhaften Lösung für ein zukünftiges Update arbeiten. Wir haben ein paar Mondsteine angehängt, um ein wenig Glanz in Ihren Tag zu bringen. Genießen Sie das Dreamlight Park Fest und denken Sie daran, backen Sie Ihre Cupcakes sicher zu Hause. Ja, 500 Mondsteine haben wir erhalten als Entschädigung. Finde ich gut. Wir machen uns jetzt auf, oh mein Gott, da ist man mal eine Zeit lang nicht da und schon ist schon wieder alles vertrocknet. Hier, dafür habe ich jetzt aber gerade keine Zeit. Wir machen uns jetzt auf, machen nochmal eben hier den Mist aus, meinen schönen Kopfsteinpflaster hier weg. Und ich muss mal eben schauen, wo sind die Leute eigentlich? Ach, sie hat auch noch eine Quest für mich. Ach, du Schande. Ich nehme erst mal Mickey, weil ich glaube, das ist einer derjenigen, die früher ans Bett gehen. So, machen wir hier den Weg auch nochmal kurz frei. Der ist hoffentlich bei sich zu Hause gewesen, nicht bei Mini gerade. Hi, hi. Ich glaube, er war bei Mini. Miki, Miki, du kleiner Schelm, du. War er jetzt bei Mini oder war er? Ne, er läuft jetzt, jetzt läuft er bei mir rum. Hallo, Miki. Hi. Bleib mal, nein. Oh, bleib doch mal stechen. Hallo nochmal, Gameplayerin. Äh, wieso nochmal? Wir haben uns heute noch nicht gesprochen. Hallo auch an dich. Sag mal, Gameplayerin, habe ich dir schon mal von meinem Lieblingscupcake erzählt? Ähm, nein, aber erzähl mir mehr. Gerne. Meine Lieblingscupcakes sind Mini-Cupcakes. Sie sind von Minis unverwechselbaren Stil inspiriert und wir machen sie bei jedem Dreamlight-Parks fest. Sag mal, du bist doch eine tolle Bäckerin. Meinst du, du könntest sie backen und sie mit den anderen Dorfbewohnern teilen? Ähm, theoretisch. Ah, jetzt konnte ich sie endlich annehmen. Backe ein paar Mini-Cupcakes. Ja, da wurde ja gerade schon gesagt, wir dürfen die nicht draußen. Ach, guckt mal einer an. Dann machen wir jetzt aber nochmal eben schnell ein Bild von. Weil eventuell stelle ich die nämlich dann auch auf meine Homepage. Ähm, ja. Ich möchte aber nicht unbedingt ein Bild haben, wo ich die Augen zu habe. Also machen wir noch ein zweites. Weil, ich sehe gerade hier, haben wir nochmal so eine Blume gefunden. Das heißt, ich habe zwei von diesen Blumen-Anstecknadeln und zwei von den roten Anstecknadeln schon gefunden. Das ist cool. Hi Stitch, danke für das kleine Ständchen. Ich habe nichts davon gehört, aber es war sehr schön. Ich mache jetzt erstmal ein paar Cupcakes. Da ist schon wieder was. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss das gar nicht mehr fotografieren, weil die anscheinend einfach so wahllos hier im Teil, äh, im Teil, im Teil rumliegen. So wie es aussieht. Ähm, okay. Also Mini-Cupcakes. Das haben wir ja extra gelernt. Ich denke mal, das wird hier sein. Genau. Mini-Cupcakes. Einmal rein. Haben wir direkt schon wieder was gelernt, wie man ungefähr Cupcakes macht. Ein neues Rezept erlernt. Ja. Beziehungsweise zum ersten Mal gemacht halt. Achso, Moment, ich muss fünf machen. Ah. Schon wieder die Hälfte vergessen. Mini-Cupcakes. Zack. Jetzt müssen wir wieder mitzählen. Das war jetzt das zweite Mal. Dann das dritte Mal. Wenn es denn durchgeht. Dauert heute ein bisschen. Remi ist nicht so schnell. Dann das vierte Mal. Und das fünfte Mal. So. Ja. Das wiederholte Verteilen von Cupcakes. An denselben Dortbewohner zählt nicht. Okay, aber ich kann die theoretisch alle hier hingeben, oder? Hallo. Hallöchen. Ich habe etwas für dich. Wo sind die denn? Einen Cupcake. Bitte schön. Na? Na? Also, sie freut sich auf jeden Fall. Ich konnte nichts sehen, weil ich jetzt direkt davor stand. Aber sie freut sich auf jeden Fall. Danke. Gut. Kein Thema. Simba, möchtest du auch etwas haben? Du kannst doch Nala... Äh, Nala kann dir doch nichts voraushaben hier, ne? Muss auch mal einen probieren. Bitte schön. Also, nach dem, was er hier haben will... Ja, gut. Pochierter stört. Das ist doch was anderes. So. Natürlich. Sobald man aufnimmt, fährt wieder irgendein Rettungswagen oder so vor der Tür rum. So. Hoffen wir mal, dass er jetzt weg ist. Du kriegst auch einen Cupcake, ne? Was Süßes für das süße Kind, oder wie war das? Süßkram und Affenmilch. Das ist unglaublich. Ja. Und... Wir sorgen mal für... Pickel auf dem sonst so Wunderband von Mutter Gotel. Ne? Zuckerhaltiges ist halt nicht gut für die Haut. Sie liebt es. Okay. Sie liebt es. Sagt sie zumindest. Sie weiß es noch nicht genau. Aber du. Du willst auf jeden Fall etwas haben, was süß und zuckrig ist, ne? So. Bitte schön. Ja, das mit dem Reden brauchen wir nicht. Einmal zurück zu Micky. Oh, wenn ich denn hier wieder rauskomme, heißt das? Micky! Wir haben deine Aufgabe gemacht. Da unten ist er. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Nicht, dass er wieder direkt wegläuft. Mini hat sich auch schon hier in der Ecke versteckt. Wo ist Micky denn jetzt schon wieder hin? Oh, ist er jetzt doch runtergelaufen. Ach, diese kleine, miese Ratte. Komm her. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Alles erledigt. Alle schwärmen von deinen Backkünsten, Gameplayerin. Du hast wirklich Talent. Oh, und hier. Das ist ein Dankeschön für all deine Hilfe. Ah, okay. Also, ich habe es richtig verstanden. Oh, was haben wir denn hier Schönes bekommen? Ah, okay. Okay, ganz viele, ja, ganz viele Taschen, wenn ich das richtig gesehen habe, dabei. Ähm, ja, ich habe richtig verstanden, glaube ich, dass wir quasi bei jedem von denen jetzt hier eine Quest machen. Ähm, Moment, jetzt muss ich mal hingucken. Dagobert wollte ich danach. Ah, halt, stopp, bleib stehen. Eve, äh, Wally, Mann. Hallo, Wally. Wally. Ich bin froh, dich zu sehen. Frohes Dreamlight Parks Fest. Amusierst du dich gut? Äh, Aufgabe? Nun, die Aufgabe des Festivals ist, Spaß zu haben. Sammle Eimer mit Popcorn, dekoriere, backe besondere Cupcakes und verteile sie an andere Dorfbewohner. Ah, Aufgabe. Aber, du willst Cupcakes verteilen? Okay, ich kann dir ein paar Spaceship-Earth-Cupcakes machen. Vielleicht können wir sie den Mitgliedern deines Astronomie-Clubs schenken? Yippie! Ähm, ja, wenn du mir sagst, welche das sind. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das jetzt tatsächlich bestimmte Leute sein müssen. Wir hatten ja irgendwie, meine ich, eine Aufgabe mal, ne? Dass wir, obwohl Astronomie-Club? Na, ich weiß nicht, ob wir da tatsächlich eine Aufgabe zu hatten. Spaceship-Earth. Schauen wir mal. Da. Brauchen wir auch wieder fünf von. Oh, die sehen gar nicht so schlecht aus. Okay, das Erste. Und Fünfte. So. Äh, irgendwas mit Kocher, einen Erstklassigen Nachtisch, habe ich gerade gemacht. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Dann kann ich mir, glaube ich... Ach, nee, das sind 100. Ah. Ich bin... Äh, Moment. Ah. Ah. Da waren die 20 noch nicht mit eingerechnet. Ich kann mir endlich dieses Kostüm für Minimaus holen. Ja. Sehr geil. Jetzt muss ich aber wieder sparen fürs Nächste. Okay. Ähm. Ja, das wiederholte. Das heißt, muss ich die jetzt auch an anderen Leuten abgeben? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich mache mal lieber vorsichtshalber... Äh, gehe ich mal lieber zu anderen Leuten hin und verteile das. Oh Gott, dann weiß ich aber doch gar nicht mehr, was ich überhaupt wem noch gegeben habe. Wenn man jetzt gleich noch eine Aufgabe davon bekommt. Komm her, Sally. Falls sich jemand Sorgen macht, du kannst ihn versichern. Nee, 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 ich will nichts versichern. Ich habe was für dich. Ähm. Äh, hier. Echt spacig. Ich hoffe, dass ich das jeden jetzt geben durfte. Ja, schon erzählt. Aber sehr schön. Müssen also nicht alle in dem Club sein. Äh, Donald, darf ich dich jetzt mal irgendwie ansprechen? Du bist hier so... Ja, auch schön, dich zu sehen. Ich habe auch was für dich. Bitte schön. Findet er ganz klasse. Sehr gut. So, das Problem ist, Dagobert dürfte mir nichts geben, weil sonst fangen wir nämlich jetzt hier mit der Quest an. Ach, guck mal hier. Ja, Remy, bonjour. Ich habe auch für dich was. Du darfst auch mal die spacigen Cupcakes hier probieren. Ich hoffe, ich merke mir das jetzt überhaupt noch, wem ich was gegeben habe. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die jetzt doppelt zählen, wenn wir jetzt genau die gleichen Leute wieder holen und Cupcakes geben. Oh, das ist so buggy hier mit der Tür. Also, auch wenn man von einem eigenen Haus rauskommt, das ist auch ziemlich buggy. Ah, Mini, bleib stehen. Bleib stehen. Moment, ich muss erstmal ein bisschen Platz machen hier. Mini, Beifuß. Nein. Jetzt sprech sie an. Was ist das? Oh, manchmal kann man sie ansprechen, so wie jetzt, wenn man das eh gar nicht sieht. So, bitteschön. Von deinen eigenen hast du schon nichts abbekommen. Dafür kriegst du ja jetzt so spacige Cupcakes. Beziehungsweise einen spacigen Cupcake. So, halt, stopp, Goofy. Bleib stehen. Zu dir wohl dich auf. Hallo, Kumpel. So, ich habe auch was für dich. Bitteschön. So, es gefällt denen allen, das ist mir klar. So, Kerle, Kerle. Kehre zu Wally zurück. Der drückt sich mal wieder. Moment, dann reisen wir mal da oben hin. So, ja, ich hatte leider noch keine Zeit, weiter zu dekorieren. Kommt alles noch. Ich bin zurück, Wally. Wow. Tada. Oh, dankeschön. Wir haben einen Goofy-Anstecker-Dingsbums bekommen. Wie heißt das? Grüne Anstecknadel. Hat nichts mit Goofy zu tun. Oh, ich kann nicht mehr reden heute. Okay, das haben wir erledigt. Mike ist die normale Quest. Ah, hier. Dat Ursula. Es sind aber so viele Leute. Ob wir das jetzt noch alles in dieser Folge schaffen? Ich weiß es ja nicht. Aber ich habe jetzt mindestens noch drei Leute, glaube ich, gesehen. Und da müssen wir das ja herstellen und dann noch verteilen und so. Fischlein, hast du einen Moment Zeit? Ja, natürlich. Ich komme gleich zur Sache. Du bist einer der besten Bäckerinnen im Dorf und ich brauche deine Hilfe. Du brauchst Hilfe? Ne, geht es hier um Cupcakes? Du hast es erraten, meine Liebe. Es geht um dieses Dreamlight Parkfest. Ehrlich gesagt verabscheue ich solche albernen Feiern. Aber wenn ich mich an den Festlichkeiten beteilige, wirke ich zugänglicher, vertrauenswürdiger, wie jemand, mit dem man eine Abmachung treffen kann. Du musst mir also eine Lade mehr Jungfrauen-Cupcakes backen. Du willst mehr Jungfrauen-Cupcakes, Ursula? Das ist richtig. Wie könnte man besser zeigen, dass Ariel und ich den Dreizack begraben haben? Wenn du die Cupcakes machst und sie an die Dorfbewohner verteilst, werde ich dich belohnen. Stattlich. Da hat aber jemand eine Glückssträne. Okay, ja, Glückssträne würde ich das nicht nennen. Das ist einfach nur sinnloses Hin- und Herlauferei und immer wieder Cupcakes machen. Aber wir wollen ja hier jeden zufriedenstellen, was natürlich im wahren Leben überhaupt nicht geht. Also wir haben noch Vajana. Ich glaube nur noch Vajana, oder? Ah, vielleicht kriegen wir das jetzt doch noch alles in dieser Folge hin. Also wenn ich richtig gesehen habe, dann haben wir tatsächlich nur noch Vajana danach. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier bin ich. Mehr Jungfrauen-Cupcakes. So, ihr seid immer noch die gleichen. Das heißt, Vorsichtshalber. Ah ne, Stitch haben wir noch. Aber Stitch hatte eben gar nichts da drüber. Und Prinzessin Aurora müsste wahrscheinlich auch noch von irgendjemandem sein. So, Mehr Jungfrauen-Cupcakes. Oder eventuell, es kann natürlich auch sein, dass das an einem anderen Tag ist. Also ich mache das jetzt einmal mit euch zusammen. Oh, die kleinen Fischschwänze. Ich mache das jetzt einmal mit euch zusammen. Und wenn sich das wiederholt, mache ich das natürlich jetzt nicht nochmal mit euch. So, das ist Nummer zwei. Weil, ne, ist halt immer das Gleiche. So. Ja. Jetzt heißt es wieder verteilen. Das bin ich gerade am Überlegen hier. Weil ich, wie gesagt, nicht immer die gleichen nehmen möchte. Moment, Wally, Wally. Du willst doch bestimmt auch ein Cupcake haben. Oh Mann, ist das ein schwieriges Wort heute. So, wir haben einen Mehr Jungfrauen-Cupcake für dich. Einen Mehr Jungfrauen-Cupcake. Also eigentlich heißt das ja ein Mehr Jungfrauen-Cupcake, ne? So. Dann hinten läuft irgendetwas oder irgendjemand rum. Lief gerade noch. Jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Doch, Scar ist das. Sehr schön. Komm mal her. Du bist mein Opfer. Wurde auch Zeit, dass du mein Opfer bist. Ja, kein Thema. Hier, ein paar Fischschwänze für dich. Ein Zeichen deines Respekts. Ich nehme es an. Ja, sowas habe ich auch erwartet. Oh, bringe Geschenke. Zack. Und wenn wir gerade schon mal hier sind, buddeln wir natürlich mal kurz aus. Und nehmen das mit. So, wen haben wir denn noch? Die gute Fee und Jack. Ich weiß nicht, ob das überhaupt aufgeht, wenn wir tatsächlich alle machen müssen, ne? Deswegen. Ich denke mal, dass das nur darum geht, dass man nicht alle fünf dem Gleichen gibt. Also von der gleichen Person im Auftrag, sage ich jetzt mal. Aber wir sind vorsichtig, ne? Bevor wir das jetzt hier alles doppelt und dreifach backen müssen. Machen wir das mal. Ansonsten würde ich halt immer die Runde im Restaurant nehmen. Werde ich aber am Ende dann auch mal testen, dass ich mal einen im Restaurant mache. Wo sind jetzt die gute Fee schon wieder hin? Ach, die ist bei sich im Haus. Ach, ja, okay. Dann kann ich sie hier draußen natürlich nicht sehen. Hallo, Kind. Ich habe was Süßes für dich. Außerordentlich nett. Genau. So bin ich nun mal. Dankeschön. Tschüss. So, dann werden wir jetzt eine wirklich mal am Schluss probieren, weil ansonsten können wir das natürlich tatsächlich so machen, dass wir dann immer die neue Runde starten und die neue Runde hier drin dann quasi verteilen. Weil, wie gesagt, so viele Dorfbewohner haben wir ja gar nicht mehr. So, du magst doch sicher noch was Süßes. Mal schauen. So. Ja, doch, das funktioniert. Also könnte man ja theoretisch immer die gleiche Runde nehmen. Oder es lag jetzt daran, dass ein bisschen Zeit dazwischen vergangen ist. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber ich denke mal, das ist dann nur pro Auftrag, also pro Auftraggeber sozusagen, dass man dann da nicht immer die gleichen, innerhalb des gleichen Auftraggebers nehmen kann, dem man das gibt. So, Ursula, du hast von einer schönen großen Belohnung gesprochen. Okay, Ursula, ich bin fertig mit dem Verteilen von Süßigkeiten. Es ist kein Krümelchen von diesem Meerjungfrauen Cupcake übrig, was? Fabelhaft. Hier ist deine Kleinigkeit für deinen Ärger, Fischlein. Frohes Dreamlight Parks Fest. Ah! Boah, ich könnte so gut eine böse Disney-Figur synchronisieren. Oder eben eine ganz fröhliche. Das würde zu mir dann wieder besser passen. Stitch, ich spreche mal kurz mit dir. Wollen wir mal gucken? Ne, da ist nur bedrückt dich was. Okay, also ich denke mal, dass morgen wahrscheinlich dann die anderen Cupcakes kommen werden. Achso, Moment, wer war denn jetzt der letzte? War Jana, ne? Genau. Gehen wir da auch mal schnell rein, wenn wir nicht vorher noch hängenbleiben, heißt das. Buu! Hallo! Hallo, Gameplayerin! Was gibt's? Gefällt dir das Fest? Das Dreamlight Parks Fest ist großartig. Finde ich auch. Es gibt so viel zu tun und zu sehen. Es fühlt sich an, als ob wir in einen anderen Tal gereist wären. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen auf dem Fest vor dem Vergessen waren diese besonderen Kuchen. Alle nannten sie, ach von ihr, äh, Prinzessin Aurora Cupcakes. Ich hatte noch nie Himbeeren gegessen, bis ich hierher kam. Und die Kuchen waren so hell und lecker. Es ist Tradition, dass wir sie mit den anderen Dorfbewohnern teilen. Meinst du, du könntest mir dabei helfen? Oh, und komm danach unbedingt zu mir. Ich habe etwas Besonderes für dich. Hier sieht es langsam richtig toll aus. Also, eigentlich, ne, wenn man so mal richtig drüber nachdenkt, wenn man das jetzt ins Leben produzieren würde, ich würde für die Leute gar nichts mehr machen, weil die kommen ja immer nur an, oder eigentlich muss man ja zu denen kommen, streng genommen, aber die kommen ja immer nur mit irgendwelchen Bitten an und dann fragen sie, kannst du das für mich tun? Und da drühen die keinen Finger mehr. Die sind so faul, die geben einen, äh, Aurora war das, genau. Die geben einen immer irgendwelche Aufträge und wollen selber keinen Finger krumm machen. Also, das ist richtig schrecklich. Achtung, Satire, wollte ich nur mal gesagt haben. Die sehen echt nicht schlecht aus, so. Ja, irgendwie müssen wir natürlich hier Quests reinbekommen, das ist schon klar. So, davon haben wir jetzt zwei. War jetzt auch nur mal ein kleiner Schatz. Am Rande für alle die, die immer gerne was falsch verstehen, was ich sage. Und wenn dann die Worte im Mund umdrehen, hatten wir ja schon das ein oder andere Mal. Deswegen, wie gesagt, Achtung, Satire. So, ich glaube, wir haben jetzt noch eins, oder? Ich habe jetzt gar nicht mehr mitgezählt gerade. Ich bin mir nicht sicher, ob das drei oder vier war davor. Ich gucke mal eben. Ja, okay. So, aber theoretischerweise könnten wir denen das jetzt wieder geben, so wie ich das verstehe. Danke für deinen Besuch. Du kannst noch einen Cupcake haben. Diesmal einen anderen. Einen Aurora Cupcake. Oh. Ja, und sie sagt wieder das gleiche, aber ist ja nicht schlimm. Dankeschön. Wird auf jeden Fall auch gezählt. Sehr schön. Also, wir lernen da raus. Oh, hallo. Wir können dann immer die Runde machen, wenn hier genug Leute sitzen und denen einfach alle ein Cupcake in die Hand drücken. Und dann wieder zurück zu der Person gehen, die halt das Ganze in Auftrag gegeben hat. So, ich will nicht sagen, Mutter Gotel, ess lieber nicht so viel davon, weil, wie gesagt, Cupcakes oder Zucker generell macht Pickel. Also, nee, das ist kein Witz, Mutter Gotel. Ein Glück, dass Zucker nicht alt ist. Jetzt hätte Mutter Gotel. Nein, ähm, ich habe etwas für dich. Genau, hier. Wo ist Simba? Ist der jetzt schon wieder abgehauen? Die freut sich immer über Zucker. Ich weiß auch nicht. Die hüpft dann hier rum wie so ein Gummibärchen. Auf Ecstasy. Ach, da hinten ist er. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ja. So, du kriegst jetzt das letzte. Ja. Einmal raus und einmal zu Vajana zurück. Die ist hoffentlich jetzt noch bei sich. Ja, das sieht gut aus. Hier bin ich. Hallo. Alles verteilt. Vielen Dank für all deine Hilfe bei den Cupcakes Gameplayern. Die Dorfbewohner sehen so glücklich aus. Ich denke, mein Vater würde dem zustimmen. Hier eine Kleinigkeit als Belohnung dafür, dass du so eine tolle Anführerin bist. Vier Stück. Na gut. Unglaublich. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir alle durch haben. Also, Mike ist auf jeden Fall die normale Quest. Die werden wir auch noch machen. Ich habe jetzt nur gedacht, ich schiebe das jetzt mal dazwischen, weil es jetzt gerade was Aktuelles ist. Und da, Gobert, hätten wir dann noch eine Quest, die wir dann noch machen müssen. Auch zu diesem Fest. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier tatsächlich erstmal einen kleinen Cut. Wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt doch dazwischen geschoben, weil es halt auch eine terminliche Sache ist. Also, ich weiß jetzt nicht, wie lange das überhaupt geht. Aber es ist dann trotzdem noch aktuell. Also, ich denke mal, so drei Wochen oder so wird das Ganze auf jeden Fall laufen. So, dass ihr das dann auf jeden Fall auch mitkriegt und auch dementsprechend mitmachen könnt. Ich habe leider keine Ahnung, was überhaupt damit ist. Ob man da irgendwelche Belohnungen für bekommt oder sonst was. Vielleicht wird uns da, Gobert, noch was genaueres dazu sagen können. Das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.